Hallo liebe Welt da draußen, hier ist der Philipp Burger, der Sänger von Freiwild. Und ich melde mich heute ganz gewollt alleine, um einfach mal Rede und Antwort zu stehen und ein bisschen was zur kommenden Tour zu erzählen. Nicht deswegen alleine, weil die anderen so redefaul sind, sind sie auch manchmal, sondern weil ich einfach denke, dass ich der bin, dem die ganze Geschichte am meisten auf der Leber, auf dem Magen liegt und ich damit auch das machen werde, was ganz, ganz viele verlangt haben. Ich werde auf Themen eingehen, die so noch nie gesprochen wurden und ich werde Aussagen treffen, die auch so noch nie gesagt wurden, zumindest nicht von mir. Und deswegen lassen wir es losgehen. In erster Linie möchte ich mich heute mal einer Geschichte annehmen, die mir schon lange und nicht nur mir, sondern ganz, ganz vielen Leuten auf der Zunge, auf dem Magen, auf der Leber, wie auch immer, brennt. Und zwar geht es um ein von mir gesprochenes Interview aus dem Jahr 2007, 2008, in dem ich sage, es wäre jeder Mensch, egal welcher politischen Einstellung, auf dem Freiwildkonzert willkommen. Ich muss sagen, das waren sehr unweise Worte eines Menschen, der in dem Moment die Aussage nicht wirklich ja so hinterfragt hat, wie er das vielleicht heute tut. Ich muss darauf eingehen und möchte auch dazu sagen, ganz klar, ich bin ein Mensch, der, wie ihr alle wisst, zwischen 15 und 18, also insgesamt knapp drei Jahre, irgendwie in der Jugend auch ganz gewiss nicht so gelebt hat, wie man das hätte machen sollen. Ich bin aber nach wie vor auch der Meinung, dass es sehr wohl wichtig ist, und dazu zähle ich die Band Freiwild einfach auch zu 100 Prozent, solchen Menschen mit so einer kranken Ideologie, egal, wie krank die auch sein mag, es darf einfach nicht sein, dass man solche Leute komplett ignoriert, ausschottet und im Endeffekt denen keine neue Chance gibt, irgendwie den Weg ins normale Leben zurückzuführen. Ich unterstreiche dennoch eine Sache heute, und das ist die Tatsache, dass Freiwild seit eh und je ganz klare Statements, ganz klare Ansagen, ganz klare Aussagen in Texten, Interviews, wo auch immer in etlichen Medien getroffen hat, auch im Buch, auch in DVDs, wo auch immer wir aufgetreten sind oder in Erscheinung getreten sind, haben wir uns klar gegen einen Nationalsozialismus und gegen jegliche rechte Gesinnung ausgesprochen. Deswegen muss ich auch sagen, wir wollen und wir werden das auch weiterhin nicht tolerieren. Wir wollen keine Nazis auf den Konzerten und wir werden da auch aufs Weitere. Und solange es die Band gibt, genauso wie es die Band jetzt schon seit zwölf Jahren gegeben hat und wir auch immer darauf Wert gelegt haben, solche Leute nicht auf unseren Konzerten dullen. Und wir wollen sie nicht und wir wollen auch nicht, dass diese Leute sich als Freiwild-Fans bezeichnen, weil sie es einfach nicht sein können. Ich glaube, diese große Freiwild-Gemeinde, die spricht eine klare, andere Sprache und die ist ganz, ganz weit entfernt von jeglichen rechten Gedankengut. Das ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das mal in eurer Birne prägt. Und auf die ganzen Anspielungen in den Medien, wie leider immer völlig haltlos und an den Haaren herbeigezogen, möchte ich hier eine klare Antwort erteilen. Denn solange es Menschen gibt, wie wir es sind, also Südtiroler, sind nun mal im Vergleich zu den Deutschen an sich, was Heimatempfinden betrifft, anders aufgewachsen. Das muss man sagen. Das hat nichts mit Nationalsozialismus oder sonst was zu tun, sondern vielmehr darin oder damit, dass das Wort Heimat bei uns einen anderen Klang hat, der ganz bestimmt nicht rechts behaftet ist oder von rechten Denken behaftet ist. Ich meine, man schaut sich um, es ist ein wunderschönes Land. Und wir haben hier Vereine, wir haben Gesellschaften, wir haben Projekte, die vom Land mitfinanziert werden, die genau diese Einstellung der Heimatliebe klar fördern. Und das ist von uns wirklich von Seiten des Landtages auch so gewollt, weil wir eigentlich der Meinung sind, genau wie jeder andere Mensch auf Erden der Meinung sind, dass es nicht für umsonst eine Dazugehörigkeit zu einem Land einfach zum Grundbedürfnis eines jeden Menschen gehört. Und dieses Grundempfinden Südtirol gegenüber, das steckt bei uns halt tief drinnen. Wie gesagt, das hat aber gar nichts damit zu tun, dass hier jemand rechts ist oder sonst was. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Band Freiwild, die macht wirklich zu 100% lebensbejahende und aufbauende Songs. Und scheinbar ist es auch das, wonach sich die Leute da draußen sehnen. Das, glaube ich, kann man so stehen lassen. Auf jeden Fall ist es das, was wir fühlen und das, was wir meinen. Und der ganze Rest ist erfunden, erlogen, gegenseitig abgeschrieben und trägt natürlich mächtig dazu bei, uns irgendwelche in irgendeine Ecke zu drängen, in der wir uns auf jeden Fall zu 100% nicht fühlen. Und das ist die Rechte. Zu einem anderen Thema natürlich jetzt diese große Arena-Tour, diese großen Konzerte in den größten Arenen Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Es dürfe euch aufgefallen sein, es liegt nicht lange zurück. Da kam das Album, die letzte Tour, liegt auch nicht lange zurück. Und man hat immer wieder festgestellt, dass sich die ganzen Freiwild-Kritiker, Gegner, ja, Hasser zusammenschließen und diese große Anti-Freiwill-Liga gründen. Dann hagelt es meistens im Internet, in diversen Zeitschriften, auch in Radiosendern, keine Ahnung, im TV, wie man jetzt auch gesehen hat, an harscher Kritik gegen die Band. Und die Band wird natürlich volle Pulle unter Beschuss genommen. Das hat damit zu tun, und das ist uns, wie gesagt, ja auch nicht fremd, dass man meistens probiert, irgendein großes Rad, dass man wieder zusammen mit den Fans dreht. Und die Tour zählt zu 100 Prozent dazu, ja, irgendwo einbremsen möchte. Ich kann jetzt auf die Tour hin, also ich kann jetzt auf den Hinblick auf die Tour nur eine Sache sagen. Die Polizei, der Staatsschutz, viele Journalisten haben sich angekündigt. Und ich möchte, dass wir gemeinsam, die Band, natürlich die Crew und jeder einzelne Fan, und ich weiß, dass wir das schaffen können, den Leuten da draußen beweisen, dass wir eben nicht so ticken, wie die Leute das uns vorwerfen. Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass wir Deutschrocker allesamt irgendwo kein Instrument sind für hohle Gedankengänge irgendeiner politischen Form. Die Band ist gesellschaftspolitisch. Ohne Frage. Wir haben was zu sagen, und wenn uns was nicht passt, dann werden wir das auch sagen. Freiwild ist keine belanglose Band. Und merkt euch eines, es werden über 100.000 Leute draußen sein, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, die zu diesen Konzerten hinströmen. Wir freuen uns mega auf die ganze Geschichte. Und lasst euch mal eine Sache gesagt sein. Wir haben jetzt endlich die große Chance, weil wir in diesem Fokus stehen, einer Band, die irgendwo auf einem Weg nach oben gekommen ist, der jetzt nicht zu 100 Prozent der Weg ist, den die anderen 99 Prozent der Bands gehen oder gegangen sind. Ich glaube, es ist an der Zeit, hier und heute und auf dieser Tour anzufangen, Zeichen zu setzen, dass Freiwild-Fans einfach Leute sind, die mit einer Band Konzerte feiern wollen, die Songs lieben und im Endeffekt nichts damit zu tun haben wollen und keinen einzigen Nazi auf dem Konzert dullen. Wir haben Leute da, die werden für euch da sein. Meldet irgendwelche Auffälligkeiten in diese Richtung. Schlicht und einfach bei uns, bei der Crew, bei den Saalordnern, bei der Polizei, wo auch immer. Ich glaube, es ist machbar und denkbar, dass diese Anti-Freiwild-Liga es wirklich hinbekommt, mit zwei, drei Leuten, die man vorschickt, dieses ganze Fest irgendwo zu beschmutzen. Sprich, wir wollen solche Leute nicht haben. Helft uns dabei, diese Leute auszumisten. Wir wollen ein Fest für Deutschrock-Fans veranstalten und nicht sonst was. Also ganz, ganz klar, wir zusammen haben heute ab Dortmund sozusagen die große Chance, den Leuten da draußen zu beweisen, wir sind nicht so, wie ihr das über uns erzählt und was ihr in den Zeitungen schreibt. So, das glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Helft uns dabei. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, Freiwild ist irgendwo angekommen, in einer Größe, die uns stellenweise echt unheimlich ist. Wir haben in den letzten beiden Tagen, woran es liegt, könnt ihr euch denken, ich meine, die Sendung bei Jauch hat natürlich ihr Übriges getan, weit über 100 Interviewanfragen für die Konzerte gekriegt. Wundert euch nicht, dass ihr während dem Konzert keine Statements von uns in diesen Medien finden werdet. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten 100% unserer Leistung, unseres Einsatzes für die Shows geben, für euch. Für jeden Einzelnen soll das eine unvergessliche Geschichte werden und demzufolge werden wir die Zeit keine einzigen Interviews beantworten. Wir werden aber jedem Einzelnen und ich hoffe, dass es auch ein paar Medienvertreter sehen. Ich bitte euch gemeinsam, da einfach ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf uns, auf die Wichtigkeit dieser Tour, dass wir gesagt haben, jetzt erstmal die Shows, dann kommen die Fragen und dann werden wir darauf antworten. Und sämtliche anderen Geschichten, die wahrscheinlich trotzdem verfasst werden, jetzt aus irgendwelcher Uneinsichtigkeit, dass sich die Band diesen Interviews nicht stellt, die sind einzig und allein und das sagen wir heute und auch zu gutem Grund heute vorneweg. Einfach deswegen, weil wir uns sehr wohl vorstellen können, dass der ein oder andere sagt, wisst ihr was, ich brauche die Band ja nicht zu fragen, hat ja bisher auch keiner gemacht. Ich schreibe jetzt einfach mal drauf los, wie ich es fand. Und deswegen schreibe ich einfach mal Scheiße. Also ihr wisst, wir haben unser Nötigstes getan und bitten auch jeden einzelnen Journalisten nach dieser Tour, schreibt uns an, wir werden euch antworten, wir werden uns natürlich melden und wir werden face-to-face Rede und Antwort stehen, aber nicht auf der Tour. Genug gesagt, wir freuen uns auf die megagroße Arena-Tour und wir freuen uns auf euch und lassen uns von den ganzen Arschlöchern nicht die Laune verdärmen. Wir wissen, wo wir stehen und ihr hoffentlich steht bei uns. Dankeschön, das war ich mit der Weisheit des Tages. Hinten ist die Stadt Pringsen und wie gesagt, kann losgehen. Dankeschön.